das ist natürlich am breitesten länger natürlich auch ein sehr langes auto und es hat was finde ich hat auf jeden fall was stylisches finde ich also mir gefallen ja so relativ retro mäßige autos also ich mag diese alten amerikanischen autos vom style her das auto ist natürlich wirklich langsam im gegensatz zu den anderen das ist natürlich sehr breit